Guten Morgen alle zusammen. Wir haben den 25. Dezember. 9 Uhr morgens. Minus 9 Grad. Es gibt nichts schöneres als sich jetzt auf den Weg in den Wald zu machen. Fröhliche Weihnachten für alle. Ja wir haben uns aufgemacht eine kleine Runde spazieren zu gehen und ich fange jetzt einfach mal so ein paar Impressionen an auf unserem Weg zum Wald. Viel Spaß damit. So wir werden es sagen heute hier drüber zu gehen. Mal schauen. Leute ist es so verdammt schön hier heute draußen. Ich hoffe ich kann es ein bisschen einfangen. Das ist so verdammt schön. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.